Und die sollen dem Shoguki endlich mal einen Parry-Punish geben, ey. Mann, der braucht doch irgendwas. Irgendwas braucht doch ein Guki. Obwohl, nein, dann kann ich ja noch schlechter gegen ihn spielen wahrscheinlich. Okay, bei mir sind zwei bei B. Ich fahre natürlich wieder mitten in so eine Scheiße rein. Ich kann offenbar schon mal bescheißen zu lassen. Direkt die Sano pariert. Man könnte meinen, ich bin ein Cheater. Oh, der hat ja Reichweite. Oh ja, super. Ja, Mitspieler, nimm die Hand vorm Schwanz, dann kannst du auch helfen. Hand vorm Schaft. Aufgepasst und Hand vorm Schaft. Das ist mir schwarz, das ist mir gewählt. Einfach so ein Magi-Spiel. Das reicht. Ich mach mal den. Totgekloppt. Ich hab ganz schön viel Leben als Magi. Magi? Magi? Magi! Oh, R1 mit der Fira ist ja ganz was Neues. Der Irish Knight. Hau rein! Magi ist leider noch ein bisschen zu spät. Magi? 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 Mit Jey rückt auf. Ein Packste, der ist nicht gut. Hab ihn. Fira kommt! Die ist auch nicht gut. Aber ich hab keine Ausdauer mehr. Bin ich gedodged. Das ist hier bei B. Mal gucken, was ich packe. Okay. Irish Knight ist draufgesprungen. Magi lebt noch! Ich hab's im Irish Knight. Meine Exe nicht drauf ist. Meine Exe ging daneben. Ach Junge, das ist doch... Ach, komm. Okay. Okay. Magi muss ich eben heilen, Arne. Äh, ich bin tot. Ein Gegner zu viel. A1, ey. Magi! Magi kommt! Magi! Magi hat's geschafft. Magi holt mal A. Oh, oh, oh! Schau denn! Irish Knight! Irish Knight! Ja, ich hab's geschafft. Jetzt haben sie den Medjay. Wie krass Cooldown ich habe mit meinen Äxten, die daneben geflogen sind. Krass. Warum dürften er in Richtung Spawn, der Penner? Oha. Wenn er eine Falle legen will, der Bastard. Medjay kann schubsen. Ich habe auch gerade Bock auf diese Spielweise, muss ich ehrlich zugeben. Aber man muss sich ja auch mal ein bisschen Abwechslung gönnen und so zu einträgen. Okay. 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 das wird mir jetzt zu blöd ich wollte auch eben schon mal schmeißen ich hab die afira und hier ist eine sanu gewonnen ja auch so den richtigen helden wählen der nicht zum spiel gehört die haben mich auch immer durchziehen lassen weißt du die waren dann nur am ausweichangriff und ich habe gedacht ich habe doch die hyper armor alle man zu haubert das muss ich Oh mein Gott. Und der Rest ist auch bei uns und hat es geholt, den Gladiator runtergeschubst und mich getötet. Die Balliste schießt auf dich, glaube ich. Aber Muscha arbeitet gern mit dem Fullguard. Andere Seite, okay. Hab ich, hab ich! Ich mach B, das bin ich, glaube ich, ganz gut drin. Einfach durchflügen. Und here we go! Ja, ich bin einmal durchgepflügt. Da kommt ein Schaul in! Da kommt noch was. Da wollte er meinen Schlag voll garten und muss feststellen, dass ich ein Magi bin mit den langsamsten Angriffen im Spiel. Ich geh mal hoch und geh selber in die Balliste. Bleibst du unten und passt auf, dass keiner C wegsnackt. Ich hab dich, du Kiri, getroffen. Bunkel der Scharfschütze wieder. Auf Tour. 2023. Hab ich noch für ne Geste. Achja. Praise the sun! Wo ist die Sonne überhaupt? Wo ist die Sonne? Wo ist die Sonne? Da hinter den Wolken. So, da ist doch wieder was drüben. Ich geh doch mal wieder auf die Balliste. Oh, 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 Anna! Ach, verdammt! Ich achte auch nie auf den Scheiß auszuhören. Bei B sind zwei und jetzt macht er noch Cancel. Dann geh ich mal zu C, wa? Da ist ein Shaolin. Der hat nicht gemerkt, dass ich mir den Punkt wegnehme. Nein, dem Indians neid ich dich! Was ist die Rache? Nein! Okay. Bescheidete Frage. Hältst du durch? Ich denke, ich bin nicht der Schnellste. Mh. Ist klar, in mein Light rein kannst du den Full Guard machen. Das ist ein Killer, ey. Ja, ja, genau. Wollte ich gerade noch heilen. Und dann musst du wieder feststellen, dass ich den langsamsten Angriff der Welt habe. Ich habe Doppel-X, ne? Zum Werfen meine ich jetzt. Habe ich noch nicht ganz verstanden, was das soll mit dem Provozieren beim Magi. Kommst du zu C? Mh. Ich habe kurz B frei gewohnt. Dann gehe ich nämlich mal eben um an die Balliste. Und werde dann mal rüber feuern. Einer ist runter geflogen. Habe Aramusha getroffen. Schaolin ist bei mir. Ne, bin ich ausgeglichen. Ich habe doch Lachs. Nein, 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 nein. Oh, die Anzeige kam sau spät, ey. Kacke. Oh, drei Fünfe Mord. Das kann das sein, ey. Nein, nein. Tiefame, nein. Aberballsuro报. Nein, nein. Dankeschön. gepflanzt. Vielleicht muss ich einfach mal ein bisschen Magi spielen. Vielleicht muss ich das einfach mal machen.